Ich habe im Mystery Box einen Wert von 900 Euro gekauft. Wir fangen an mit 100 Euro. Er freigert uns bis zu 500 Euro. So. Müsste auf jeden Fall 100 Euro sein. Ich hoffe, das ist keine Briefbombe oder so. Bruder, was ist das? Digga, der hat mir... Och, Mann, ist das... Das Video ist doch scheiße. Oh, mein Gott, Digga. Bro! Das ist irgendwas zum Zusammenbauen. Och, Mann, oh. Oh, Digga, das sind einfach nur Sachen zum irgendein Best-Aufbauen oder so. Oh, Mann, oh. Das war's. Das könnte doch eine Sache sein. Ich bin die Pakete abholen gegangen. Ich habe vier Pakete bekommen anstatt drei. Okay, vier anstatt drei. Und ich habe nur drei bestellt. Das ist das Vierte. Und ich dachte, dass eine... Dass die 500 Euro Mystery Box zwei Boxen sind, weil das so viel ist. Kann aber auch sein, dass beides gleich viel ist. Kann sein, dass da die leichtere die 100 Euro Box ist. Pack doch wenigstens die Kartons aus, Bro. Da ist legit Arsch drin. Digga, da ist... Die Scheiße hier wieder drin. Digga, keine Ahnung, was das ist. Irgendwas fürs Fenster oder so. So, so... Oder keine Ahnung. Das ist nur da drin. Das ist da nichts anderes drin. Hier wieder diese Scheißtüte da. Und wieder... Digga, hier... Hier ist sogar was drauf. Da sind so Mustern drauf. Digga, oh, Mann, oh. Gut, dann... Machen wir die 300 Euro Mystery Box auf. Alter. Oh. Digga, also, Bruder, das ist geistenkrank. Okay, ich gucke nicht rein. Ich nehme ein Ding raus. Studio Pro Kopfhörer. Nächste. Nein. Nein. Ich ahne sehr Schlimmes. Studio Pro Kopfhörer. Okay. Gitter. Ist das was anderes? Host Show. Digga, what the fuck? Bro, was soll ich... Digga, was soll ich denn damit anfangen? Digga, ein... Fucking Mischpuls. Bro. What the fuck? Digga, wie krank ist dieses Teil? Digga, Bro. Was ist das? Wie viel kostet so ein krasses Mischpult? Das sind doch jetzt schon über 300 Euro. Und es ist noch mehr drin, ne? Es ist noch mehr drin. Gaming-LED-Soundbar? Warum nicht, Bro? Warum nicht, Digga? Nö, nicht. Alter, die ist geil. Die Misty-Mock. Ein Regenschirm? Oder... Digga, was ist das? Oh nein! Airpump-Sack? Ist das nicht so ein Aufblas-Ding? Wo man schneller aufblasen kann oder so? Guck mal, guck mal. Und das geht jetzt da raus. Ich glaube, man kann damit schneller aufblasen. Dann macht man einfach so. Dann steckt man das da rein, wo man irgendwie Luftmatratze aufblasen will oder so. Und dann macht man so. Kann das sein? Ultra-Light-Sleeping-Pads. Ich glaube, das ist so eine Art Matratze, die man auf... Iiiiiiii! Was ist das? Das ist so nass und klinig da. Ja, ah, ah, check, check. Komme mit einem Jack-Pack, Bro. Digga, mit dem Air-Sack bläst man dann das hier auf. Glaub ich. Es geht auf jeden Fall weiter mit nochmal so einer Matratze. Oh mein Gott. Nein. Digga, das ist so ein Staubsaugerkopf, aber ohne Staubsauger. Wenn da jetzt ein Staubsauger drin ist, dann habe ich gewonnen. Oh nee, das gefällt mir nicht. Digga, hier sind irgendwie fünf Stück von diesen Boxen da. Was? Digga, Handy? Digga, ich glaube, das ist ein Handy-Display. iPhone 6 Handy-Display. Und das irgendwie fünfmal oder so mit so einem Tuch. Digga, wie random, Bro. Da habe ich noch drei Stück von denen oder so. Ja, geil. Danke, Bro. Ulewey. Moshi Moshi. Was? Abonnieren. Okay. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Typ schon alles davor aufgemacht hat irgendwie. Der, ey, ich glaube, der hat das alles schon davor aufgemacht irgendwie. Oha, das ist geil. Wide Flexible Floor Stand für iPad. Kann ich gewonnen für meinen Stream? Digga, die Mission Box ist immer geil. Aber es ist immer noch nicht vorbei, Jungs. Es ist immer noch nicht vorbei. Digga, no joke. Ich dachte, bei diesem Mischputschon, das wäre schon vorbei. Was ist das hier? Oder was ist das? Oh, ich weiß, was das ist. Das ist etwas für die Kamera. So ein Stativ für die Kamera. Hier drauf kommt die Kamera. Oder kannst du die Kamera so drehen? Digga, der hat mir alles geschickt, was ich irgendwie gebrauchen kann. Digga, der wusste, dass ich Streamer bin, Bro. Was ist hier? Warnung um Erstickungsgefahr. Digga, was zum Fick. Was soll das sein? Ist das ein Handy? Ich glaube, das ist so ein Set um Uhren zu reparieren. Kann das sein? Cool oder so? Ja, cool, I guess. Ja, cool, cool, cool. Samsung Galaxy Watch? Hä? Digga, da ist nie im Leben noch irgendwas drin. Was? Das Band ist nicht mehr drin, aber das hier ist noch drin. Denkt ihr, die funktioniert noch? Deswegen dieses Uhrending mit diesem Band auch noch drin. Holy shit. Beide Buttons drücken an der Seite. Ja, mache ich gerade. Das passiert aber nicht viel. Bro, schon wieder Smartwatch? Pop Glory Smartwatch You Health Tracker. Digga, was ist denn jetzt los? Digga, hä? Bro, mit diesem Display-Ding noch. Hier. Der hat das falsche Paket geschickt. Digga, also jetzt... Bruder, bei welchem... Hier, kurz Wert einblenden, Frozen. Da. Okay, hier liegt ein random Schraubenzieher drin. Okay. Dann haben wir hier noch... Ach, nee, Digga. Moshi Moshi. Bro. Was für ein Fick ist das? Ja, doch. Funktioniert. Doch, funktioniert. Weiter geht's. Digga, wie geil! Konntet! Eine Spraygun! Da kann man Flüssigkeit reinmachen und das da rumsprayen. Ah, okay, okay. Das gehört zusammen auf jeden Fall. Ah, okay. Check. Check, Bro. Hier, so sieht das aus. Akku. Der braucht Akku. Den muss man extra kaufen? Was ist das denn für ein Scheiß? Wie den muss man extra kaufen? Das ist skandalös, Digga. Wirklich. Okay, es gibt noch ein einziges Paket, was drin ist. Nochmal eine Mysterybox. Das ist das letzte, was drin war. Digga. Halt doch deine Fresse! Schon wieder so ein Scheißding! Aber das Paket, all in all. Geil. So, weiter geht's mit 500 Euro, die sogar aufgeteilt wurden auf zwei Pakete, weil es so big ist. Dann würde ich sagen, ab geht's. Wir haben drin... Ich gucke nicht rein. Ich gucke ein bisschen rein. Oh, nee, Digga. Ja, einen verf***ten Mixer sehe ich schon, Bro. Ey, aber das ist geil. Mein Mixer ist kaputt gegangen. Wir haben einen Mixer. Alter, der ist aber krass. Wir haben einen Mixer. Pulseo Glass Mini Blender KB für Smoothies. Hä, geil. Und mit so einem Shaker, Bro. Digga, nehm ich. Weiter geht's. Im Let's Play. Jo, ich glaube, wir machen die zwei Pakete direkt auf, weil das ist nur noch ein Teil. Schade. Das ist nur noch ein Teil. Es ist ein verf***ter Wischroboter. Ja, der wurde auch schon davor aufgemacht. Cool. Das sieht richtig geil aus, immer. 200 Euro kostet der. Okay. Digga, der sieht absolut ekelhaft benutzt aus. Ach du Scheiße, Digga. Bro, der ist 100% schon benutzt. Ah, warte. Das ist die Lade-Station, glaube ich. Ah, ich muss noch hier aufmachen. Hallo? Hören Sie mich? Digga, der... Digga, der riecht auch. What the hell? Digga, guck mal, wie versippt das da aussieht schon. Ach, Mann. Mann, ja, das ist gar, das ist gar nicht geil, Bro. Das war das erste Paket von zwei. Von diesen 500 Euro, die ich ausgegeben habe. Bro, wenn das... Da muss doch irgendwas kommen. Nein. Nein. Digga. Noch ein Staubsauger. Bist du mich konzentriert verarschen? Digga, was soll ich mit dem F*** sagen? Und der ist kaputt? Das geht gar nicht zu. Ja, doch, geht zu. Hier, da haben wir jetzt noch einen. Aber das ist diesmal ein Staubsauger. Ja, das war's. Ach, F***. Letzten. Noch mal 500 Euro. Also, das gehört zusammen. Das, das Paket ist sozusagen auch das Paket. Checkt ihr? Checkt mal das. Ich guck nicht rein. Ich zieh einfach einen Karton raus. Oh, mein... Oder was ist das? Digga, das sind Totenkopftassen. Bro, ich sag ehrlich, das 300 Euro Paket war besser. Digga, was ist das? Eine Powerbank. Powerbank 10.000... Äh, MAH. Das ist krass. Ja, das geht. Das ist okay. Für, für, für Auto oder so. Neh, mich Digga, juckt's. Na, danke. So weiter geht's. Okay, ich komm mal auf interessanten Sachen noch. Keine Ahnung, was da steht. Mach auf. Ne, Digga. Bro, das ist schon wieder so ein Fenstervorhang, Junge. Nicht schon wieder, Digga. Alter, was haben die alle mit ihren F***ten Fenstervorhängen, Junge? Digga, schon wieder ein Fenstervorhang. Das ist das 500 Euro Paket, das Arsch. Hier war jetzt fünfmal das da drin. Was ist das? Digga, das ist... Das ist eine Tapete? Das hier! Das fünfmal! Nein, nicht fünfmal! Nein, das geht mir nie! Digga, ich hab... Okay, erstmal haben wir hier nochmal zwei Forstschutzhelme. Ah! Bruder, hier ist eine Pfanne drin. Und dann nochmal dieser Helm. Digga, und dann haben wir... Nicht eine Tapete. Nicht zwei. Nicht drei. Nicht vier. Nicht fünf. Nicht sechs. Nicht sechs. Digga, es ist nichts da drin. Ich hab 500 Euro dafür ausgegeben. Digga, die Pfanne geht kaputt. Ich will die auch noch behalten. Digga, die Pfanne! Die Pfanne, Bro! Digga, der Helm sieht einfach normal aus! Digga, die explodieren nicht mal, wenn die den Helm treffen. Ich krieg den Call-Ups, Digga. Ah!